Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres Erdbeerkuchen Rezept für euch ohne Backen mit Waffeln und zeige euch die Sodaten dazu. Für die Creme brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, 500 Gramm Magerquark, 200 Gramm Schmand, 200 Milliliter Schlagsahne, 150 Gramm Zucker und 4 Esslöffel Sanapart. Dann brauchen wir ein Päckchen Vanillezucker. Das ist auch wirklich super einfach zum Vorbereiten. Alle Zutaten werden in eine Rührschüssel hineingegeben und dann mit dem Mixer geschlagen. Die Creme ist auch wirklich super variabel. Ihr könnt statt Quark Frischkäse nehmen, statt Sanapart könnt ihr Creme Shanti nehmen. Creme Shanti bekommt ihr in jedem türkischen Lebensmittelladen. Jetzt werde ich eine Packung Kaltschale Erdbeergeschmack einfach mit Wasser vermischen und damit werde ich die Waffeln einweichen. Stattdessen könnt ihr natürlich auch Saft nehmen, entweder Orangensaft oder Kirchsaft. Ich habe jetzt meine Waffeln in eine Auflaufform hineingegeben, bei mir passen genau 8 Stück. Und darüber gebe ich die Kaltschale mit Erdbeergeschmack, dann die Creme. Und das habe ich dann so lange wiederholt, bis alles alle geworden ist. Ich habe insgesamt 4 Packungen Waffeln genommen. Wenn ihr mehr Erdbeeren habt, könnt ihr die natürlich auch klein schneiden, einmal kochen, pürieren und dann die Waffeln damit einweichen. Das könnt ihr auch machen. Statt Waffeln könnt ihr auch für diesen Kuchen Löffelbiskuit nehmen. Wie gesagt, der ist so variabel, ihr könnt ihn nach Geschmack ändern. Und die Reihenfolge ist natürlich auch völlig egal. Ich habe zum Schluss Kaltschale Erdbeer genommen. Darüber habe ich dann frische Erdbeeren verteilt. Ich habe so ungefähr 500 Gramm Erdbeeren genommen. Es ist ja gerade Erdbeerzeit und das ist genau passend gewesen. Ich habe dann ganz zum Schluss zwei Packungen Tortenguss mit Erdbeergeschmack vorbereitet, über den Kuchen gegeben und den Kuchen für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Am besten ist das natürlich immer über Nacht bei solchen Torten. Ich lasse das immer über Nacht im Kühlschrank. Und nächsten Tag habe ich den Kuchen aus dem Kühlschrank rausgeholt, einmal für euch angeschnitten und probiert. Ich muss sagen, der war richtig erfrischend und lecker. Und die Waffeln, die hat man gar nicht rausgeschmeckt. Man hat echt gedacht, man hat einen Kuchen gebacken. So, das war es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss. Vielen Dank.